Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Fehlern lernt man heute spielen wir eine kleine Runde Survival Games und ja sorry Hunger Games mal gucken aber ich glaube ja das wird keine gute Runde weil wir vielleicht zähle leckt ist total aber mal schauen wir werden das Beste draus machen also die Map habe ich letztendlich schon gespielt ich weiß dass hier irgendwo die Kiste ist wenn die noch keiner weg hat genau hier ohne Angel nicht schlecht ja wie es jetzt leckt total okay mal gucken ob man die da oben rankommen ich hoffe ich verkackelt es nicht so wie bei der letzten Runde weil das war ja echt peinlich wie komme ich da hoch okay vielleicht ist hier noch eine Kiste bevor ich probiere da hoch zu gehen falls ich Kisten übersehe könnte man das auch oh verdammt Screenshot gemacht ja also falls ich Kisten übersehe könnte man das gerne auch in die Kommentare schreiben dann weiß ich wenn ich das nächste Mal spiele auf der Map dass ich genauer gucken muss okay okay kommt da nicht irgendwie rein war doch hier ich finde keine Kiste oh man ich komme da nicht hoch ich bin zu schlecht okay ich bin echt zu scheiße dafür was soll ich mir dann anders die Kiste holen ich strebe mich doch jetzt nicht an ich kletter lieber da hoch okay ich habe irgendwo Schaden bekommen hä schnell hoch schnell bevor ich mich mal abschießt okay eben noch jeder war schämen so wieder eine Angel Stiefel ist er mir gerade für nein ich bin gestorben okay also das war wieder so eine peinliche Runde wie letztes Mal ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen dieses Video wird nur ja vier Minuten oder so aber naja ich werde bestimmt mit der Zeit besser also dann bis zum nächsten Mal Tschüssi seit bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Pe gates bis zum nächsten Mal курse